Du bist Fliesenleger oder Natursteinbauer und du willst exklusive hochwertige Gärungskanten erstellen und hast richtig Bock auf massive Eckgestaltungen, dann haben wir von HWD Tooltech genau das Richtige für dich, den Jolly Nato. Und jetzt, Notice. Ja, ja. Der Kunde will was Besonderes, was nicht jeder macht. Exklusive Fliesenkunst, die die perfekten Ecken hat. Dann hat HWD Tooltech das Richtige für dich. Der Jolly Nato und der Düsentrieb, die helfen dir gewiss. Jolly Nato? Du fragst dich, wie das Ganze funktioniert. Hier kannst du ohne Testoarme eine Kante modellieren. Für dich war bisher das Epoxy der Angstgegner. Nimm den Düsentrieb und steck ihn auf den 2K-Kleber. Du hast nur diesen Versuch und mit Schienen, da läuft vieles schief. Deshalb gibt's, damit du auf der Kante genau drüber liegst. Ab jetzt für den Prozess vom Einspritzen den Düsentrieb. Kann mich nicht erinnern, wann das alles hier so flüssig lief. Düsentrieb angesteckt, dran gesetzt, angeeckt. An der Kante lang wirkt jede Ausführung direkt perfekt. Zieh mit dem Jolly Nato ab, statt nur um einem Park. In einem richtig heißen Sauna mit exakten 90 Grad. Ist am Jolly Nato nach der Prozedur noch direkt. Hörst du das Reinigungstool, dann ist der Überschuss gleich weg. Alles läuft glatt, ohne Wenn und ohne Aber. Mit perfekten Seiten, so als kommst du gerade frisch vom Barber. Also hör auf mit Billigschienen, die Optik zu ruinieren. Mit Jolly Nato und dem Düsentrieb kann dir nichts mehr passieren. In die 2 zu investieren, kann in Zukunft das Verlegen deiner Fliesen. Für dich revolutionieren und den Kunden imponieren. Willst du aus exklusiven Fliesen ein Kunstwerk machen? Die perfekten Treppenstufen, Bäder oder Blumenbasen. Musst du einfach nur mal HWD-Tool-Tack fragen. So schaffst du mit deiner schönen Ecke eine runde Sache. Keine Schienen, HWD hat die Antwort. Benutz einfach den Lüsentrieb und den Jolly Nato. Massiver Look als wär das Holzstein oder Marmor. Ist alles jetzt ganz easy, benutz den Jolly Nato. Reinige die Arbeitsfläche mit dem Isopropanol. Da fühlt sich bei dem Geruch direkt jeder Kunde wohl. Abgeklebt, eingespritzt, abgezogen, schon fertig. Und das Endergebnis ist dann exklusiv und hochwertig. Normalerweise hätt mich Schienenarbeit angekotzt. Doch heute leg ich easy diese riesen Fliesenplattenboss. Und bin stolz, ein Fliesenleger-Handwerker zu sein. Denn dank dem Jolly Nato fällt mir meine Arbeit heute leicht. Ich will es perfekt und den Winkel aus allen Seiten gerade nähen. Den Jolly Nato und geh früher in den Feierabend. So bist der Kunde nach der Arbeit mega geflasht. Und es gibt Feierabendbier nach dem Gehrungsprozess. Willst du aus exklusiven Fliesen ein Kunstwerk machen? Die perfekten Treppenstufen, Bäder oder Blumenbasen. Musst du einfach nur mal HWD-Tool-Tack fragen. So schaffst du mit deiner schönen Ecke eine runde Sache. Keine Schienen, HWD hat die Antwort. Benutz einfach den Süßentrieb und den Jolly Nato. Massiver Look als wär das Holzstein oder Marmor. Ist alles jetzt ganz easy, benutz den Jolly Nato.